Musik 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 Kommt, baut ab Steht auch verwacht man Deswegen ist bei mir sind so viele Menschen, Lukas Musik 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 Ich gucke hinter dir Die werden glaube ich gefinchert von anderen Ne 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 Ich gehe da mal lang Die haben jetzt alle keinen Bock mehr ne Vor allem dieser erste Kommt, kommt, Achtung Ach so, er hat bei mir aber nen Hit, Digga Lächerlich Digga Kommt bei mir Oh, ciao Leben Digga Guck, meine Kills Ich weiß, ich weiß, ich weiß Lächerlich Da liegen noch zwei Minis Ich meine, du kannst glaube ich bestimmt über Tanz Kills machen Digga was Bleiben, sterben vielleicht Gehst du mit? Geht halt aus, geil, hat halt auch mächtige, der Hurensohn Was ja auch nicht ganz so schlimm ist eigentlich Warte, was, warum haben die den Spiden Granatenwerfer Warte an sie sich selber Ist das wie dumm? Weiß ich nicht Keiner kommt halt So einen habe ich Ich kann nichts machen, Digga, ich werde hier durchgehen Ich werde hier durchgehen Ich kann probieren noch so weit weg zu kriegen wie es geht Gerade ja Ich muss nur in das Haus reinkommen Ich muss erstmal wegkommen Ich krieg unter der Treppe Achja, ich werde draufgehen, also auf mich Hier sind welche Ich bin unter der Treppe Ja ne Ich bin unter der Treppe Ich bin unter der Treppe Das hilft dir, Digga abzuhauen Hast du Verbänder? Ist einfach alle wieder ab, Digga Auf Schnelligkeit Jo Naja Ich muss kurz chillen Achso, naja, ist halt im Haus drin Hier im Haus Ich bin unter der Treppe Komm rein Ich seh deren Schatten, Digga Über mir Was hol ich runter? Boah, Digga, langsam Dumme Schnäpfe, Alter Ich brauch jetzt nur AR, Monit, ich hab 9 Ja komm her Ich hab 340 Ja Boah, Digga, langsam Boah, Digga, langsam Ja Und zwar ist der, der ja gerade rum gebürstet hat Oh, guardraidega, brauch ich Ah, hier recht einfach mehr Chill 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 Der hat grad ne chest geöffnet Ja, entweder die ganz unten oder die oben Sehr schön Ah, Minis füllt er Der hat 3 Minis und 1 Back Ja, 2 bräuchte ich Bekannst du gegeben? Guck mal, guck mal, oh Gott. Ach süß. Na, ich will nicht wissen wie das manchmal beim Schießen. Oh, chill noch, chill noch, ne? Weil ich versuch den Rechten ganz schnell wegzu... Schieß doch der... Nimm du den vorne hier? Schieß den in der Mitte hier den O-Yo. Hey, die hat mich als ob er mich nicht gesehen hat. Schieß an. Schieß an. Schieß an, ne? Meiner ist noch. Der eine kommt gleich wieder. Schieß mal mit Granaten da rein. Abgehattet. Sehr schön, Digga. Hier sind noch Minis. Kannst du Lock nehmen oder nicht? Hier liegt ne blaue Taktische. Ja, du musst nur irgendwas wegnehmen, Digga. Ich hab selber ne blaue. Aber die wollen ja auch... Ich muss irgendwas weglegen, Digga. Warte mal, ich weiß wie ich's mach. Ja, ich musste meine Verbände jetzt auch weglegen. Warte mal, Digga. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, Mitte. Ah, fragt er ja. Die denken eigentlich nicht, wir sind da drin, ne? Nein, Digga. Du kannst das nicht kippen. Die lassen halt auch aufpassen wegen hinter uns, ne? Der eine weiß auf jeden Falle, wo ich bin. Naja, die sind... Ich glaub, die wissen jetzt alle. Was machen die denn? Ich weiß nicht, ob der ankommt. Seite noch, Seite. Nein. Abgehittet? In einem Tor. In einem Tor. Oh, was? Hab einen genockt. Wir müssen da jetzt hin. Lukas, Weißzone. Ach was. Komm, Digga, ich push jetzt. Alter, komm zu dir. Der eine ist auch weak. Hast du einen? Ja. Der andere ist auch gleich down. Die sind alle weak. Ich hab einen. Hab einen. Das war mir ja. Hab noch einen. Oh, der ist hier drunter. Oh, weg. Ach, Mini ist wieder sowas, ja. Ja, hier liegen welche. Und Lagerfeuer. Ganz wichtig. Ah, nur einer. Ein Mini. Ja, also Ressourcen hab ich, Digga. Ja, ich auch jetzt. Ich hab auch von 14 Raketen für dich. Och, Digga. Mann, was ist das denn für ne komische Runde? Haben die keinen Healing gehabt? 10 killst du? Ach, ich hab 15 Verbänder. Ja, ich hab 15. Ja, ich hab 15. Komm hier, Digga. Komm hier. Komm hier. Noch einen. Ist denn ein Anderen? Ach, natürlich, Digga. Das ist ein One-Shot, Digga. Wo bist du? Digga. Ich denkst du ja easy. Ja, aber er hat halt Burst, ne? Ja, aber er hat halt Burst, ne? Und dann, ach. Hoffen wir jetzt mal, dass sie ein bisschen Leben haben. Ach, Digga, die müssen. Aber die fighten auch. Deswegen, da mach ich mir gar keine Sachen drum. Also, der Top 12 sind wir auf jeden Fall. Da, ich lauf nach oben. Guck bei dem nochmal. Aber die hatten auch alle keine Schilder. So, Digga. Ne, der hier bei mir auch nicht, der, stimmt. Ich geh, ich geh mal gucken. Vielleicht können wir noch ein Paket abstorben. Sind jetzt noch drei im Leben. Ich geh mal schnell ein bisschen, ne? Wir sind beide eigentlich One-Shot, wenn das jetzt so nimmst. Naja. Ich hab endlich auch mal ne Blau-Pump. Ah. Ich kann mal was probieren. Wie ich die jetzt runterschie... Ich könnte die jetzt runterschießen. Ah, zwei halt. Bist du da? Ah, ich bin immer wieder. Du musst jetzt da sein. Das sind die letzten. Ah ne, ich seh sie halt, alle drei. Gut, das ist gar keiner oben. Einer ist vorne bei 105 von mir aus. Oder zwei und der Einer, der geht jetzt da wieder hoch. Wir müssten erst den vorderen holen. Sollten wir zu dir mal müssen kommen. Sind die weiter oben oder unten? Der eine sitzt an der, an dem Sniper-Turm weiter unten. Aber rechts vom Turm. Ah, ist keiner ganz oben, ja? Und die anderen bauen sich ran. Ne, 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 ne. Ach so, da. Ich seh's, okay. Ja, hab ein. Oh, tschak, tschak, Digga. Ich kann nicht gehen. Der eine ist oben, der eine ist oben, Digga. Warte, kannst du... Ich kann höchstens... Ich mag sie mal ein bisschen Zeit verschaffen, Digga, sonst. Ja, verschaffen wir ganz viel Zeit. Ja, das sieht mich. Oh, fuck, er sieht mich, Digga. Gib dir Mühe, Digga. Gib dir Mühe. Die sehen mich nämlich nicht. Ja, aber... Dann hätte ich nicht viel ins Full-Life. Ja, aber... Der andere sieht mich, Digga. Bau, 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 bau. Fuck, Digga. Ja, die schießen mit zwei Seiten, Digga. Aber die sind halt nicht gut, ne? Nicht? Ja, finde ich nicht, aber er ist nicht gut. Also ein Apoetten da, eine Havok-Skin oben, Digga. Der Havok-Skin oben ist der Einzige, der... Vielleicht Creech sehen könnte. Der Havok-Skin-Apoett ist nichts, Digga. Weil der war halt unten, Digga, hinter diesem Felsen. Weiß ja, wo wir hochgekommen sind. Die, ne? Da? Das ist gar kein Havok-Skin. Komm, mach's direkt, Digga. Ist hinter dir, Digga. Oh, den und den macht's halt. Oh, lol. Egal, Digga. Aber der ist halt, wie gesagt, nicht gut. Das war Kittenwerfer, Digga. Was ist der Havok-Skin, hä? Aber wo war bei mir der Apo? Wir, Digga, wir haben einfach 32 Kills. Ich hab 20. Digga, wir haben einfach 32 Kills. Digga, wir haben einfach 32 Kills. Du gegen Scott. Hä? Wir sind halt du, wir sind Scott einfach besser, Digga, als die. Denkst du, die haben auch Bock? Digga, ich weiß schon nicht, ob das traurig ist. Richtiger Prezi, ne? Digga, da ist einfach 21 Kills, Digga. Und darf man nur drei geklaut, Digga, wenn du das jetzt so nimmst. 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10